Und ich muss auch gerade zugeben, dass ich nicht mehr weiß, ob das hier jetzt die... Also ob die vierte Ebene die letzte ist oder die dritte. Oh, hi Spinnis. Ah, man sieht, es gibt überall Kobolde. So. Das wäre kein schnelleres Spiel. Oder vielleicht frostigen Toe. Au. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, Kobolde sind tot. Ah ja, das sind... Jetzt sind da Spezialkobolde dabei. Also die mit Flammenpfeilen. Unter Feuerpfeilen, besser gesagt. Wie ihr wünscht. Oh, ist hier schon der Weg runter? Ja, da ist der Weg runter und der ist voller Fallen. Ich hab genug davon. Bingo. Warten wir nochmal einen Moment. Aber gut, das scheint alles gewesen zu sein. Und ich glaube sogar, dass es da in die letzte Ebene geht. Also die kleinste, weil das der Zufluchtsort von jemandem ist. Unser Ruf ist 10, was gut ist. An irgendeinem der Übergänge war... An irgendeinem der Übergänge war... Okay. Ich glaube, an irgendeinem der Übergänge war ein Fall. Die waren nur einfach weiter drin. Und ja, ich hätte den anderen Weg, den oberen, nehmen sollen. Wobei, ich glaube, hier sind auch wieder Fallen. Wie ihr wünscht. Kommt in Ordnung. Denn ich verschwinde jetzt. Ja? Mich kümmert's nicht. Oder auch nicht. Okay. Wie kann ich... Wie ihr wünscht. Also der obere Gang hätte keine Fallen gehabt. Hätte... ...gain... ...nicht so viel auf die Fresse gekriegt. Aber ist ja nicht so schlimm. So, wir können jetzt wieder hier runter zum... ...nächsten Weg und dort mal rasten wieder. Weil die Gruppe ist schon etwas angeschlagen. Und ja, ich bin am überlegen... Ich hab nochmal nachgelesen... ...in der Enhanced Edition ist es so, dass die... ...NPCs, wenn ich sie aufnehme, einen gewissen... ...Threshold an Erfahrungspunkten kriegen, der von meinen abhängig ist. Also... ...wenn ich über 8.000 Erfahrungspunkte bin, dann kriegen sie 8.000. Am Anfang. Und ich glaube, wenn ich über 8.000 bin, dann werde ich doch wieder Safana nochmal aufnehmen. Statt Imoen. Einfach, weil ich es mir auch vorgenommen hatte. Ach, hi. Worum geht es diesmal? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Das ist es diesmal. Ich... ...sicher. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wir dürfen hier nicht passen. Naja, es kommen halt von unten immer wieder Kobolde hoch. Der eine ist wohl geflohen, oder? Oh, da liegt ein Zauber. Ach, schmieren. Sie kann bereits schmieren. So, jetzt können wir auch schmieren. So, nächster Versuch. Ich habe über euch nachgedacht. Ich habe über... Positive Gedanken, hoffe ich. Oh, das klingt nicht gut. Mir wäre es lieber, ihr würdet das nicht tun. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe keinen Zeit für eure Unsinn. Positive Gedanken, hoffe ich. Zumindest keine negativen. Ich weiß nur nicht, woran ich mit euch bin. Äh. Warum habt ihr mir zum Beispiel geholfen, den roten Magiern zu entkommen? Es schien mir das Richtige zu sein. Ihr brauchtet Hilfe. Eine Heule, mal den Not zu befreien, gehört zur Arbeit eines Helden. Ich hatte auf eine großzügige Belohnung gehofft. Ich wusste nicht, dass ihr beide seid. Ihr habt mir nicht gerade eine Wahl gelassen. Lassen wir mal den Baden raushängen. Eine Heule, mal den Not zu befreien, gehört zur Arbeit eines Helden. Ihr seht euch selbst gerne als Held, nicht wahr? Nein, ich versuche nur andere so zu behandeln, wie ich auch von ihnen behandelt werden möchte. Natürlich, wenn man bedenkt, dass ich euer Leben gerettet habe, solltet ihr das ebenso sehen wie alle anderen. Der Auftritt als Held hat immerhin eure Aufmerksamkeit erregt. Ich nehme an, das entspricht der Wahrheit. Ich hatte gehofft, dass ihr ein persönlicheres Interesse habt. Aber die letzte unbändige Woge hat mich wohl verwirrt. Wenn ihr einen Kleriker braucht? Ihr scheint ein wenig wankelmütig, um nicht zu sagen sprunghaft. Sprunghaft? Was bitteschön meint ihr mit sprunghaft? Ich meine nur, ihr seid schwer einzuschätzen. Ich meine, ihr seid heißblütig. Eisblütig meine ich. Nicht heiß wie ein Vulkan oder eine Kartoffel. Eine heiße Kartoffel. Manchmal weiß ich nicht, ob ihr scherft oder ob ihr einfach nur einen Knoten in der Zunge habt. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich würde bessere Scherzen machen, wenn ich mehr über euch wüsste. Ihr habt mich abgeweckt. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Die Pause ist rum. Wir reden ein anderes Mal. Nehmen wir dir die ein. Ich frage mich, warum ich euch für die Studien der unbändigen Magie entschieden habe. Ich weiß noch nicht so recht, ob es mutig oder verrückwollig war, von daheim wegzulaufen. Was habt ihr verbrochen, um euch den Zorn der roten Magie zuzuziehen? Das sollte für heute reichen. Unser kleines Gespräch hat mir gefallen. Wir sollten bei der Gelegenheit... Wir sollten das bei Gelegenheit wiederholen. Bei einer anderen Gelegenheit. Fragen Sie mir, sie mal wirklich direkt nach dem Magier. Ich habe nichts verbrochen. Die wollten mich aufschneiden, um zu sehen, was mich zu Hasardeuren macht. Sie versuchen alles zu beherrschen, was sie verstehen. Und alles zu vernichten, was sie nicht verstehen. Diese Bestien, sie werden euch nicht anrühren, solange ihr bei mir seid. Nein, ich bin kein Paladin. Oder Ritter. Bedenkt man, wie wenig sie überhaupt verstehen könnten, sie am Ende einfach alles zerstören wollen. Guter Einwand. Ein guter, aber auch beängstigender Einwand, wenn man so drüber nachdenkt. Am besten wir denken nicht drüber nach. Erzählt mir was anderes. Was genau soll ich euch denn erzählen? Ich frage mich, warum ihr euch für das Studium der unbändigen Magie entschieden habt. Manchmal frage ich mich, ob ich die unbändige Magie gewählt habe oder sie mich. Einige meiner Lehrer meinten, dass es ein Makel meines Charakters sei, der in der Magie seinen Ausdruck fand. Okay, vielleicht wollten aber... Vielleicht haben euch eure Lehrer noch nicht gut gekannt. Erzählt mir mehr über euch. Wäre ich die unbändige Magie, ich hätte euch gewählt. Oh ja, schleimen wir. Badenmäßig. Ich sehe keinen Makel an euch. Vielleicht sollte ich genauer hinsehen. Das macht Sinn. Ich habe noch nie einen so makelhaften Charakter gesehen. Nehmen wir mal die drei. Ihr könnt ziemlich frech sein, wenn ihr wollt. Ich. Nun, ehrlich gesagt, mag ich diese Seite an euch. An eurem Taktgefühl müsst ihr aber noch arbeiten. Ja, während ich an meinem Taktgefühl arbeite, erzählt mir etwas anderes über euch. Was genau soll ich euch denn erzählen? Äh, nehmen wir mal doch das zweite. Ihr seid mutig und verrückt nicht zwei Seiten derselben Medaille? Ich wette, dass viele Leute auch euch für verrückt halten, wenn sie sehen, gegen welche Feinde ihr kämpft. Sicher hättet ihr ebenso gehandelt. Das heißt dann wohl, es ist mutig, wenn ich es tue, aber verrückt, wenn ihr es tut. Was andere über mich denken, interessiert mich nicht. Ich würde lieber mehr von euch hören. Nehmen wir mal das erste. Ja, wir sollten weitergehen. Danke für das Gespräch. Gut, wir haben gerastet. Sollten uns noch ein bisschen hochheilen. Bitte, bitte, bitte. Ich bin mir so hochheilen. Bitte, bitte. Sollten uns noch ein bisschen hochheilen. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Ich bin mir so hochheilen. Schicken wir mal langsam ihm vor. hier wo es gold wächst gefällt mir worum geht ich werde mich im hand um gegen sich geld gierig aber ja wir sind auf der untersten ebene wie kann ich helfen ihr braucht nur zu fragen worum geht es die wie ihr wünscht ja ich werde mich im hand umdrehen daumen geldes wie kann ich helfen so feuerfeinde worum geht es diesmal ja wie ihr wünscht ja eben kann noch ein paar normale pfeile einsacken wie kann ich helfen wie ihr wünscht also ja da geht es rein ins versteck wo ihr braucht nur zu fragen ja ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern so da oben lang müsste der ausgang sein schleim ist grau schlägt das ist diesmal wie kann ich helfen worum geht es diesmal alles gegen des lieben geldes wie ihr wünscht ja da wäre der ausgang aber wir wollen ja hier in das kleine inselchen rein ja 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 So, hier sind die Goblins, die Xan bewachen. Hier oben ist gar nichts. Und da unten da ist...